ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barkhafts thema heute stalingrad haben wir schon öfter mal gehabt aber es gibt immer wieder berichte über die kämpfe oder über schicksale über die es sich zu berichten lohnt also da sind schon sachen dabei wo man wirklich sagt meine güte so was ist passiert die vorgeschichte war wie folgt anfang dezember bekamen wir eine e-mail von einem militärhistoriker und ich lese den namen ab damit ich es nicht falsch sage das war der herr doktor claus jochen arnold der herr doktor hatte sich wohl durch das bundesarchiv gewühlt und hatte dort berichte der 16 panzerdivision gefunden über ihre kämpfe in stalingrad und diese berichte das ist wirklich viel material haben wir dann so durchgescannt ob da was bei ist was man mal erzählen kann und wir hören ja immer wieder von verschiedenen seiten und das brachte mich dann darauf dass leute im kessel waren verwundet wurden und gar noch so rausgekommen sind ja sogar noch so und in diesem fall ist es genau dasselbe nur diesmal ist es mal beschrieben wie es tatsächlich passiert ist und dieser obergefreite um den das hier geht der war ende dezember in stalingrad eingekesselt und spoiler alarm natürlich er kam auch noch raus aber der angehörige einer panzerdivision war und im erdkampf angesetzt und wie das mit der verwundung war und wie das mit dem wieder rausbekommen aus dem kessel war das fand ich schon wirklich interessant nun haben wir es so gemacht die dieser bericht ist nicht ganz so lang wir haben ihn einfach trotzdem genommen haben gesagt okay dann ist es mal etwas kürzeres ihr seid ja von uns wirklich berichte über eine stunde gewohnt jetzt ist es halt ein bisschen kürzer ist dann so wir haben ein paar bilder genommen random bilder und haben das versucht so ein bisschen zu untermalen weil wir natürlich von dem mann und genau dem bereich keine bilder haben das hat leon geschnitten diesmal und ich hoffe dass euch das ein wenig abholt bevor ich jetzt losgeht noch ein kleiner hinweis für euch die ein oder andere von euch hat es vielleicht schon gesehen ich blende ich immer um wir haben eine neue shop seite inter etabliert und zwar erst mal nur für die hörbücher wesentlich einfacher als vorher alles läuft jetzt über eine shopify seite könnt ihr gerne mal reingucken schaut euch das an ist noch ein bisschen am optimieren wir haben noch nicht alles drin aber ich bin schon ganz froh das ist dann ein einfacheres bearbeiten für uns also neue shop seite war für mir ganz wichtig dass ihr das auch noch mal seht so jetzt haben wir genug geredet für den anfang jetzt geht es los mit dem bericht vom obergefreien hufschmied es war anfang dezember 42 die division verlegte wieder vom don bogen in richtung stalingrad der omnibus der kartenstelle wurde neben anderen fahrzeugen wegen mangel an kraftstoff noch vor dem abmarsch vom don zerstört so fuhren wir auf einem lkw auf dem das nötige gepäck aufgeladen war mit der führungsstaffel in richtung unserer alten nordstellung vor stalingrad leider war es den russen gelungen unseren früheren gefechtsstand und damit unsere schönen bunker zu besetzen am späten nachmittag bezogen wir unseren neuen gefechtsstand in einer balka einige kilometer von olovka entfernt in der nähe des tatarenwalls wir fanden dort kleinere bunker vor die wir zu zwei bis drei mann besetzten dass wir eingeschlossen waren wussten wir wir merken es außerdem an der verpflegung das brot wurde eingeteilt besser konnten wir noch so viel brot bekommen wie wir wollten das hörte jetzt auf denn die verpflegung wurde ausschließlich durch transportflugzeuge in den kessel geschafft ein paar dage später kam der befehl dass von jeder einheit ein alarmzug aufgestellt und den kampfgruppen zugeteilt werden sollte so wurden wir mit 14 mann von der führungsstaffel der ersten kompanie 64 zugeteilt am nächsten vormittag melden wir uns nach etwa dreistündigem marsch beim bataillons gefechtsstand noch am selben abend drückte die kompanie aus es ging in die nordstellung hinter dem tatarenwall inzwischen waren wir bereits auf die einzelnen gruppen eingeteilt ich blieb meinem freund kilian schnittger zusammen wir mussten eine kompanie einer anderen division ablösen die stellung war zwar sehr schlecht ausgebaut es waren lediglich zwei mannlöcher vorhanden etwa ein meter tief alles musste mit äußerster ruhe vor sich gehen der russe durfte nichts merken sonst hätte er uns mit granatwerferfeuer empfangen die kameraden die wir ablösten flüsterten uns zu dass sie uns am tage ja nicht sehen lassen dürften die russische linie etwa 200 meter von uns entfernt es war eine kalte klare winternacht so gut es ging richteten wir uns in den löchern ein der tag graute schon als es anfing zu schneien der wind stand sehr ungünstig ertrieb uns den schnee ins gesicht es dauerte nicht lange da kam auch schon der erste morgengruß herüber zuerst hörten wir etwa zehn abschüsse von granatwerfern kurz darauf kam auch schon die einschläge sie lagen sehr verstreut zum teil 50 meter zu weit inzwischen hatten wir festgestellt dass der russe weitaus mehr leute und munitions zur verfügung hatte als wir so lagen wir fünf tage in unseren löchern außer den täglichen feuerüberfällen durch granatwerfer und leichten infanterie geschützten kamen keine kampfhandlung zustande am folgenden morgen es war noch fast dunkel begann ein plötzlich einsetzendes feuer die russen hatten auf unseren kompanie abschnitt schätzungsweise 40 bis 50 granatwerfer eingesetzt die uns jetzt mit einer erstaunlich schnellen schussfolge überschütteten das konnte nur die vorbereitung für einen angriff sein seltsam es wurde mittag ohne dass die russen angegriffen hatten dafür aber hatte sich unsere artillerie sehr gut eingeschossen und belegte die russischen gräben mit wohlgezieltem feuer es waren allerdings wegen der munitions knappheit nur wenige schüsse mit größeren zeitabständen doch die wirkung war gut später versuchten es die russen auf die gleiche weise doch mit dem ergebnis dass die größte anzahl der granaten in ihren eigenen stellungen krepierte am abend wurden wir abgelöst wir sollten fünf tage in die protzen stellung als reserve für etwaige angriffe es verging noch kein halber tag da kam alarm fertig machen zum gegenangriff an einer anderen stelle war den russen ein kleiner durchbruch gelungen mit einigen panzern und mtws ging es in richtung der rechten bataillons grenze nach einem kurzen feuerbefall unserer panzer saßen wir ab und gingen mit den panzern gestaffelt vor die russen hatten sich in unseren frühen löchern festgesetzt das schneewehen hatte wenigstens etwas nachgelassen so schnell es in dem hohen schnee möglich war stürmten wir auf die löcher zu ein mg und zwei mps zwangen den feind immer wieder in die deckung zurück wir brauchten unbedingt handgranaten erst weil die geeignete waffe für diesen zweck uns fehlten sie jetzt wir konnten bereits einige löcher wieder besetzen und damit hatten wir viel gewonnen denn jetzt konnten wir die russen auch von der flanke herkriegen was nicht mehr fliehen konnte ergab sich wir besetzen unsere stellung wieder vollständig unsere panzer fuhren zurück in die bereitstellung bei diesem gegenangriff starb obergefreiter heinz kleine kreul den helden tot zwei tage blieben wir in unserer stellung dann kam die ablösung wieder wurde die erhoffte ruhezeit unterbrochen abends um 9 uhr musste unser zug wieder mit hinaus der zweck war die erweiterung unseres kampf abschnittes nach zweieinhalb stündigen marsch kamen wir an es sah ähnlich aus wie in der alten stellung die russen lagen uns gute 100 meter gegenüber uns stand noch eine schwierige arbeit bevor wir mussten uns deckungslöcher graben mit spitzhacke und sparten gingen wir daran den steinhart gefrorenen boden auszuhöhlen der anfang war sehr schwer immer wieder wehte der wind die kleine angefangene mulde voll schnee ich wechselte mich mit meinem kameraden kilian ab einerseits war es günstig dass wir den schneesturm von vorne bekam denn so trug der wind das geräusch der schanzarbeiten von den russen weg vielleicht hätten wir sonst auch schon feuer bekommen am morgen hatten wir es dann soweit geschafft dass wir in gebückter haltung nicht mehr einzusehen waren der tag verlief außer kleinere feuerbefälle durch granatwerfer ziemlich ruhig die kommende nacht wurde wieder zum ausbau der deckungslöcher genutzt die kälte war inzwischen noch gestiegen von den zwei mg's in unserem zuge fiel eines aus das schmieröl war steif gefroren der mg schütze musste am abend damit zurück zum gefecht stand der folgende tag brachte uns mehrere angriffsversuche der russen zuerst kamen wieder granatwerfer etwa 15 minuten lang zwischendurch rauschten einige salven der stalin orgeln unsere stellung unsere verluste waren verhältnismäßig gering am mittag war unser zug noch elf mann stark mit 16 mann waren wir in stellung gegangen nachmittags hörten wir von der feindseite her motorenlärm das konnten nur panzer sein was sollten wir da machen unser pack stand etwa 300 meter hinter uns es waren zwei geschütze wir selbst hatten nur jeder zwei handgranaten also abwarten da kommen auch schon einige grüße der feindpanzer herübergefegt die einschläge liegen kurz vor unserer packstellung da sehe ich wie am linken abschnitt zwei mittlere panzer gegen unsere linie vorrollen sie fahren bis auf ein deckungsloch und machen eine kehrtwendung wehe wenn die löcher zu breit gebaut sind acht kameraden der nachbarkompanie sind dadurch umgekommen so treiben es die panzer noch ein paar mal der schneesturm ist ganz verschwunden die luft ist richtig klar man kann weit sehen wir können beobachten wie die panzer immer wieder zurückfahren nach fünf minuten kommen sie wieder feuern fahren auf einige deckungslöcher und machen wieder kehrt unsere pack gibt keinen schuss ab es ist keine munition vorhanden oder sind die beiden geschütze ausgefallen die russen müssten scharfschützen da drüben haben sobald irgendein gegenstand von uns über den grabenrand hinausragt wenn auch nur für einige sekunden dann sitzt auch schon der schuss haargenau gegen drei uhr nachmittags wird es dunkel die panzer ziehen sich zurück es wird ruhig nun beginnt wieder die wache wir wechseln uns ab jeder eine stunde wachen und eine stunde schlafen die nacht ist lang meist stimmt es nachts dann kann man wenigstens aus dem loch heraus und etwas auf und ab gehen das mittagessen bekommen wir erst im dunkeln denn bei tage darf sich keiner sehen lassen durch den weiten an marschweg das essen wurde mit einem küchenschritten von der zehn kilometer entfernt liegenden küche geholt war das mittagessen meist schon gefroren zumindest aber eiskalt die knappheit an der verpflegung war auch für uns durchaus erklärlich es war unmöglich für eine armee ausreichend munition und verpflegung mit flugzeugen zu beschaffen düster und nebelig beginnt der tag zu grauen es ist der 14 dezember man kann die feindlichen linie nur vermuten ganz in unmittelbarer nähe kommt ein einschlag es war vom granatwerfer ein größerer splitter reißt unsere zeltbahn weg die wir uns zum schutz gegen den schneesturm über das loch gespannt haben ich versuche schnell solange es noch dämmert den schaden zu beheben dazu muss ich mich etwas aus dem loch herausrecken in der nächsten sekunde spüre ich auch schon einen schlag gegen meine linke hand und dann folgt ein stechen der schmerz im handgelenk im ersten augenblick denke ich an eine verletzung der pulsader das blut schießt zwar hoch aber gleichmäßig stark aus der wunde mein kamerad bindet meinen linken arm ab und legt einen notverband an nun muss ich bis zum abend warten der blutverlust ist erheblich hoffentlich kommt jetzt kein schwerer angriff es geht gut als die dämmerung kommt mache ich mich fertig um zum zugführerbunker zu gehen es bleibt ziemlich hell draußen es ist sternenklar gehen kann ich nicht sonst sehen die rüsten mich bestimmt ich robbe also los rund 300 meter habe ich zurück zu legen langsam oft eine pause machend gelange ich von loch zu loch weiter unterwegs sehe ich einige kameraden mit dem gesicht nach unten im schnee liegen kopfschuss mit einmal setzt wieder gewehrfeuer von drüben ein ich drücke mich so eng wie möglich in den schnee ob die mich gesehen haben als es wieder ruhig wird kriege ich weiter jetzt kommt eine kleine anhöhe nur ein meter ragt über die schneefläche hinaus ich überlege kurz soll ich mich langsam darüber hinweg schieben oder soll ich einen sprung machen ich denke an die kameraden die mit einem kopfschuss hinter mir liegen schließlich entscheide ich mich für den sprung ich bin noch nicht wieder ganz auf der erde drüben da peitscht wieder der typische scharfe knall eines infanteriegewehrs über das feld ich krieche langsam weiter doch mit einmal merke ich dass mich mein rechtes bein beim abstoßen schmerzt ich fühle an mein knie die hand ist voll blut also hat es mich zum zweiten mal erwischt dicht über dem kniegelenk sitzt der schuss nun geht es mit übermäßiger anstrengung weiter noch 100 meter dann habe ich es geschafft fast ohne besinnung falle ich in den eingang des zugführer bunkers hinein der zugführer verbindet mich notdürftig und dann nehme ich zwei kameraden mit zum küchenschlitten der etwa ein kilometer zurück steht noch am selben abend komme ich zum arzt in die protzenstellung dort werde ich dann richtig verbunden am anderen morgen fahre ich mit einem b krat zur führungsstaffel zurück hier werde ich von unserem stabsarzt weiter behandelt mehrere kameraden sind schon vor mir wieder zurückgekommen leichtere verwundung einer mit erfrorenen zähnen so lag ich etwa sechs tage in einem bunker meine hand dick und ich bekam hohes fieber dazu am nächsten morgen wurde ich dann zur vorgeschobenen verwundeten hilfe nach gorodice gebracht ich nahm abschied von oberleutnant eickhoff unserem damaligen kommandanten der führungsstaffel und von meinen kameraden ich sollte keinen von ihnen wiedersehen in der verwundeten hilfe blieb ich bis zum 29 dezember am ersten weihnachtstag wurde mir durch oberleutnant adler das ek2 überreicht am zweiten weihnachtstage besuchte uns general angern eine kleine schlichte weihnachtsfeier ließ uns einen augenblick lang die lage vergessen am 29 12 kam morgens gegen fünf uhr ein sanitätsfeldwebel mit einer liste er rief auch verschiedene namen auf ich war mit dabei sofort fertig machen in 15 minuten geht es zum flugplatz ich muss sagen ich war mir damals der tragweite dieser worte gar nicht bewusst ja im ersten augenblick war ich enttäuscht ich würde bestimmt zu einem anderen truppenteil kommen bliebe ich aber hier so könnte ich bei meinen kameraden bleiben ich hatte nicht viel zeit zum überlegen der sandwagen wartete bereits draußen wir wurden zum flugplatz gefahren fünf maschinen vom baumuster he 111 stand bereit in jede maschine wurden fünf bis sieben mann untergebracht je nach art der verwundung werden noch 15 minuten zeit bis zum weiterflug da setzte plötzlich starkes flackfeuer ein der flugplatz wurde von russischen bombern und jägern angegriffen unsere jäger stiegen sofort auf drei abschüsse gelangen in den nächsten fünf minuten die übrigen feindlichen maschinen drehten ab verfolgt von unseren jägern die motoren wurden angelassen und dann ging es los sicher hoben sich die maschinen in luft und stiegen in kurzer zeit auf 2000 meter es war ein herrliches gefühl zum ersten mal saß ich in einem flugzeug wir mussten bald die feindlichen linien erreicht haben der bordfunke schließt mich an und zeigte nach unten winzig klein aber doch ganz deutlich konnte ich die russischen stellungen unterscheiden flackwolken zogen unter uns vorüber wir waren auf 5000 meter höhe es waren so viele neue eindrücke für mich dass ich ganz erstaunt war als die maschinen schon zur landung ansetzen wir waren etwa eine dreiviertel stunde geflogen von einem zwischenlandeplatz aus ging es mit einer ju 52 weiter in richtung novo tscherkassak die ju flog ganz dicht über dem erdboden dahin fast meinte man sie müsste die telegrafenmasten berühren der flug dauerte noch mal eine knappe stunde dann waren wir in novo tscherkassak ja nun war ich aus dem kessel heraus wie würde alles noch werden mit einem sandwagen wurden wir zu dem drei kilometer entfernt liegenden lazarett gefahren es war gerade neu eingerichtet worden zum ersten mal seit vielen monaten weiß bezogene weiche betten essen konnte ich noch nichts das machte wohl über anstrengung ich hatte nur einen wunsch schlafen das konnte ich dann auch solange ich wollte in den nächsten tagen habe ich dann etliche briefe geschrieben auch an die im kessel verbliebenen kameraden ich habe nie mehr etwas von ihnen gehört arnold hufschmid obergefreiter 16 panzer division stalingrad kurzer nachklapp der erwähnte general günther anger war kommandeur der 16 panzer division er nahm sich im kessel von stalingrad am 2 februar 1943 das leben so vorne ganz wichtig es gibt was neues und zwar haben sich die kanalmitgliedschaften geändert ihr könnt den kanal jetzt unterstützen als kanalmitglied für 1,99 oder als barkhaft freund für 4,99 oder als barkhaft förderer für 9,99 natürlich hat jede stufe seine goodies und ich würde mich freuen wenn der eine oder andere von euch den weg dahin findet vielen dank